Ehre Seinopia und damit seid alle gegrüßt zur 50. Botschaft der Anhänger des erleuchteten Opismus. Wir haben hier also einen großen Meilenstein jetzt schon erreicht, 50 Botschaften, die ich euch verkündet habe. Und ja, ich möchte heute natürlich weitermachen, wie schon bisher mit diesen interessanten Entwicklungen, in diesen Geschichten, die ich euch vortragen möchte, aber zuvor möchte ich noch auf etwas Wichtiges hinweisen. Und zwar gab es einen großen Volksentscheid in ganz Onopia, nicht nur auf der Erde, sondern auch auf den ganzen Kernwelten. Denn ab nun ist es so, dass sich unser Wahlsystem ein wenig geändert hat. Es werden nicht mehr so extrem viele Kandidaten zur Wahl stehen, aber jetzt ist es eben so, dass jede Fraktion einen Kandidaten, einen Spitzenkandidaten aufstellt. Es wird auch noch unabhängige Kandidaten geben. Aber die Stärke der Fraktion wird sich nun auch wieder in der Erfolgschance der Kandidaten widerspiegeln. Das heißt, wir können sozusagen dann hier von Umfragewerten ausgehen. Und da bin ich natürlich voller Stolz für meine Partei, die Aden, die Anhänger des erleuchteten Opismus oder auch in der Fraktionssprache genannt, The Aliens of Faith and Values. Denn wir sind derzeit die stärkste Fraktion in ganz Onopia. Und bei der nächsten Wahl stellen wir mit Magdalena Sanchez eine sehr vielversprechende Kandidatin. Gut, aber soviel zu dieser wichtigen Entwicklung. Jetzt machen wir natürlich weiter. Und zwar mit dem UNIC-Büro in Berlin. Schnellen Schrittes stieg UNIC-Agent Alexander Nomareff, Verbindungsmann zwischen Abwehr und UNIC aus seinem Gleiter und passierte wortlos die Sicherheitskontrolle vor dem Eingang des Büros, irgendwo in den hohen Wolkenkratzern von Berlin. Den SD-Posten vor dem Eingang beachtete er nicht. Nomareff war sehr oft hier, deshalb war seine Kontrolle nicht notwendig. Nomareff ging es nicht gut. Er war müde und schlecht gelaunt. Tagelang haben seine Leute und die Abwehr versucht, aus Lucy irgendetwas Wertvolles herauszubekommen. Er hatte sogar ein 15 Stunden Non-Stop-Verhör mitgemacht. Selbst bewusstseinsveränderte Substanzen hatte man eingesetzt. Der Gewinn an Erkenntnis war trotzdem eher überschaubar. Auf jeden Fall viel zu wenig, um den ganzen Aufwand zu rechtfertigen. Deshalb hat die Abwehr vorläufig entschieden, die Verhöre auszusetzen. Verständlich, denn deren Nerven lagen auch blank. Die Verhöre hatten sie alle stark mitgenommen, Lucy, aber eher weniger. So hatte Nomareff seinem direkten Vorgesetzten, Armet Nahimshad, eher wenig zu berichten. Als der Verbindungsmann das Büro betrat, erwartete ihn Nahimshad schon. Nomareff, so, setzen Sie sich. Er deutet auf einem Stuhl vor seinem Tisch, Nomareff setzt sich auf ihn hin. Und, wie geht's unserer Gefangenen? Der ist prächtig. Zu prächtig, nach meinem Geschmack. Sie hat sich gut erholt. Und habt ihr etwas aus ihr herausbekommen? Ja, aber wenig von Relevanz. Aha. Was habt ihr denn herausbekommen? Sie ist angeblich Teil eines uralten Ordens, der über diese Galaxie wacht und dafür sorgt, dass keine Wesen aus dem Portal, was immer das auch ist, in diese Dimension eindringen. Außerdem scheint sie eher wenig mit Mortimus am Hut zu haben. In seinem Verrat ist sie offenbar gar nicht involviert. Sie trägt auch kein Erkennungszeichen der Schwarzen Rose. Und das war alles. Das war alles? Habt ihr auch subtilere Mittel eingesetzt, wie das bewusstseinsverändernde Mittel NTT? Ja, haben wir. Hat nichts gebracht. Die genannten Informationen hat sie uns sogar freiwillig gesagt. Allgemein hat sich Lucis selbst unter der Anwesenheit hochrangiger Personen, wie Calyxte oder Koch, sehr unkooperativ verhalten. Sie forderte sofort, mit Gaius Julius Caesar zu sprechen und dann auch freigelassen zu werden. Dann hättet ihr stärkere Methoden anwenden müssen. Das geht nicht. Da sie offenbar an Feckelmanns Verrat nicht beteiligt gewesen war, dürfen wir das nicht. Weil da nach preußischem Recht kein konkreter Tatsverdacht gegen sie vorliegt. Stärkere Mittel gehen nur bei schwerwiegenden Fällen. Widerstand gegen die Staatsgewalt gehört nicht dazu. Bitte was? Weshalb haben wir sie dann gesucht, wie so ein Verbrecher? Sie soll angeblich wertvolle Informationen über die Schwarze Rose besitzen und Mitglied gewesen sein. Letzteres trifft wahrscheinlich nicht zu. Über die wertvollen Informationen haben wir bisher nichts gehört. Merkwürdig. Ist wenigstens ihr neues Gefängnis ausbruchssicher? Äh, nein. Man kann beruhigt bzw. beunruhigt sein. Und man könnte sagen, die Hochsicherheitstür vor ihrer Zelle erfüllt eher einen dekorativen Zweck. Sie durch einen Vorhang zu ersetzen hätte etwa den gleichen Effekt. Weshalb Lucy noch nicht ausgebrochen ist, wissen wir nicht. Vielleicht wartet sie auf jemanden. Übrigens, diese neun Superklone der Chaos, diese Arcs, sind gegen eine ausgeruhte Lucy nutzlos. Hat sie uns eindrucksvoll bewiesen. Das heißt, sie könnte theoretisch jederzeit ausbrechen, ohne dass wir auch nur den Hauch einer Chance haben, sie aufzuhalten. Tut es aber aus irgendwelchen Gründen nicht? Genau. Vielleicht sollten wir tatsächlich überlegen, sie nach Rom zu Gaius Julius Caesar zu bringen. Der ist nämlich glücklicherweise gerade zurückgekehrt. Ich werde mal mit Frau Calixte darüber sprechen. Auf jeden Fall danke für den Bericht. Sie können sich für heute zurückziehen. Erleichtert verließ Nomareff das Büro. Jetzt hatte er endlich Zeit für sich. Diese würde er nutzen, um sich endlich auszuruhen. Denn das benötigte er jetzt dringend. Beim ersten Anblick sah man nichts weiter als Säulen, Fundamente, Turmspitzen und die dazugehörigen Türme. Aber wenn man genauer hin sah, dann erkannte man die neu gegründete Psionikerakademie der Aden. Eine Stiftung der Komarow und Maximuschkin Familie. Das Gebäude war erst vor vier Monaten fertiggestellt worden und dennoch fühlte sich Cassandra hier wie zu Hause. Sie saß allein in einem der vielen Meditationsräume und dachte nach. Sie war fast vollständig in Gedanken versunken. Einen Moment spürte, hörte, sah und roch sie rein gar nichts. War sie wie in einer Trance und wurde je von einer Erscheinung gestört, die sie regelrecht erschreckte. Eine böse Gestalt stand vor einer Tür und fünf andere böse Gestalten kamen zu ihm. Neben der ersten Gestalt stand ein kleines Kind, dessen Geist von der gnadenlosen Bosheit der ersten Gestalt infiziert war. Cassandra spürte eine Präsenz. Eine, die ihr bekannt vorkam und die sie doch noch nie gespürt hatte. Und plötzlich wurde ihr Weiß vor Augen und sie fand sich in einer großen Halle wieder. Sie konnte nur eingeschränkt sehen, aber was sie vermuten ließ, dass sie eine Vision hatte. Eine Person in schwarzem Gewand stand vor einer Vogelfigur. Cassandra vermudete die Inari-Kaiserin. Zuerst gab die schwarz gekleidete Gestalt der Vogelfigur einen Kuss und dann rammte sie der Vogelfigur einen Dolch durchs Herz. Und in der Ecke stand wieder ein kleines Kind und lachte. Cassandra wechselte in die nächste Vision. Sie sah Koch, den sie selbst nie leiden konnte. Er stand vor einer Frau, dessen Gesicht Cassandra kannte. Sie wusste allerdings nicht, wer genau es war. Lucy Nun Koch, was wollen sie nun von mir? Das werden sie noch früh genug sehen, aber erst einmal habe ich eine schlechte Nachricht für sie. Die Tempel der Elamaniten wurden entweit. Lucy in Gedanken Die Runensteine! Verdammt, wer ist dort eingedrungen? Ich weiß es nicht genau. Aber alle Priester sind tot. Das ist für uns zwar nicht interessant, aber wir dachten, sie würde es interessieren. Nun habe ich eine Frage. Sind sie wirklich Cassandras Mutter? Ihre sterbliche Ziehmutter? Ja. Und ihr Vater? Dieser John Fäcklemann? Er ist nicht real. Es gab keinen Vater. Cassandra war ein Geschenk von Nopia selbst. Ihr richtiger Name ist Norina und sie ist keine normalsterbliche. Cassandra ist verblüfft. Mal angenommen, ich würde ihnen glauben. Wie den... Lucy schneidet ihm das Wort ab. Wenn sie diese Eventualität aufstellen, glauben sie mir. Ich spare mir die Lügen. Ich glaube zwar nicht, dass sie ein Geschenk von Nopia ist, aber normal ist sie definitiv nicht. Cassandra wechselt wieder die Vision. Ihr wurde klar, dass die letzte Vision ungewiss war, dass sie der Zukunft entsprechen würde. Aber da die Zukunft veränderbar ist, war diese Vision ungewiss. Das erste, was sie sah, war das Gesicht von Fäcklemann. Er stand vor der schwarzen Gestalt aus der allerersten Vision. Fäcklemann hatte eine ganze Armee hinter sich. Dann ging er einen Schritt vorwärts und ein paar aus der Armee verschwanden. Das Ganze wiederholte sich zehnmal. Dann stand Fäcklemann nur noch mit drei anderen vor der bösen Gestalt, welche sich plötzlich in eine riesige Kreuzung aus Mensch und Fledermaus verwandelte. Im Hintergrund zeichnete sich ein riesiges schwarzes Gesicht ab. Die Fledermaus hob ein riesiges Schwert und senkte es auf Fäcklemann nieder, aber blockte es mit einer extrem kleinen Klinge ab und ging weiter. Beim zweiten Schlag sackte Fäcklemann aber zusammen und verschwand. Cassandra wollte anfangen zu schreien, konnte aber ihren Mund nicht öffnen. Plötzlich riss sie etwas aus ihrer Vision. Feuer stand Duncan, der Bruder von Knight, den sie in den letzten Jahren sehr lieb gewonnen hatte. Ein Ureinwohnerwort in einer der Kolonien heißt so viel wie Schwester. Mein Leben hat sich gerade auf den Kopf gestellt. Wir gehen zu Koch. Ich will meine Mutter kennenlernen. In der Reichskanzlei in Berlin, Preußen. Cassandra hatte sich ohne irgendwelche Vorbehalte direkt nach Preußen begeben. Begleitet wurde sie von Duncan, der auf sie aufpassen sollte. Immerhin war Cassandra ziemlich aufgewühlt und in ihrem jetzigen Zustand sehr schnell auf 180 zu bringen. Sie beide begaben sich direkt zu Kochs Büro. Dort wurden sie von seiner Sekretärin aufgehalten, doch Cassandra stürmte einfach durch die Tür. Überrascht von dieser Störung blickte Koch zu ihr auf. Bevor sie etwas erwidern konnte, wurde sie schmerzhaft gepackt und gegen den Boden gedrückt. Sie wollte ihre psionischen Fertigkeiten benutzen, als sie die Wachen richtig sah. Todestruppen. So ein verdammter Mist fluchte Cassandra und versuchte ruhig zu bleiben. Hinter ihr erschien Duncan, der die Sache klären wollte. Auch Kochs Sekretärin stammelte eine Entschuldigung. Sie können nichts dafür, meine Liebe. Gehen Sie wieder an die Arbeit. Und ihr werdet mich nun alleine lassen, Commander. Fräulein Cassandra und ihr Begleiter wollen wohl ein eher privates Gespräch führen. Vielen Dank, Herr Koch. Tatsächlich ließen die Todesgruppen vorn ihr ab und verschwanden durch die Eingangstür. Schwer atmen versuchte sich Cassandra zu beruhigen und versuchte so neutral wie möglich mit Koch zu reden. Der Person, der ihre Mutter in Gefangenschaft hielt. Wo ist meine Mutter? Ich will zu ihr und zwar sofort. Wer hat ihnen von ihrer Mutter erzählt? War es Gaius oder Direktor Hooks? Nein, Sir, Cassandra hatte eine Vision von Lopia persönlich und will wissen, ob die Vision stimmt oder nicht. Duncan warf Cassandra einen wahrenden Blick zu. Lucy Feklemann befindet sich tatsächlich in einem Hochsicherheitsgefängnis in Preußen. Doch warum sollten wir... Doch warum wollen sie ihre Mutter denn sehen? Nicht etwa der Behauptung, dass ihr die Göttin Norina wärt? Genau aus diesem Grund. Ich will die Wahrheit über meine Vision wissen. Ja, von einer Einbildung, Fräulein. Wie bitte? Sie sture, alte Atheist? Sie hält meine Mutter aus fadenscheinigen Gründen gefangen und unterstellen mir, dass ich mir das alles einbilde? Ehrlich gesagt, ja. Sie sollen eine Vision gehabt haben? Ich denke, er jemals hat etwas Ausgelauerte. Obwohl ich um Diskretion in dieser Sache gebeten habe. Diese Ausplaudereien. War ja klar, dass Gläubige die Worte Ehre und Anstand nicht kennen. Sie verdammter alter Mann! Cassandra wirkte Koch mit ihren Fähigkeiten. Lassen Sie... Lassen Sie... Bevor Cassandra ihre volle Wut auf Koch auslassen konnte, wurde sie von Duncan abgehalten. Koch sagte etwas in sich zusammen, doch stand er blitzschnell auf und blickte sie aus hasserfüllten Augen an. Cassandra hatte noch nie einen Menschen gesehen, der so von Hass zerfressen war. Obwohl seine Signatur in der psionischen Macht zufriedlich war. Doch dieser Sturm aus Hass hatte nichts mit ihr zu tun, das konnte sie spüren. Sie fühlte Schmerz, einen großen Schmerz, sowie Trauer, Zorn und Verzweiflung. Etwas, was sie nicht ganz beschreiben konnte. Aber dieses Gefühl hatte sie schon oft gesehen. Besonders bei Varus. Es war Fanatismus. Aber den Grund konnte sie nicht sehen. Sie könnte ihr helfen. Es... Was auch immer es war, könnte ihr helfen. Koch umzustimmen. Koch hingegen hatte ein paar Knöpfe gedrückt und die Estela, wie die Todesdrucken, kamen zurück ins Büro. Sie sollten beide nun gehen und nachdenken, warum ich jetzt Gnade vor Recht walten lasse. Immerhin sollte man mit kleinen, dummen Kindern Nachsicht haben. Es tut ihm ihre Leid sehr. Großmeister Raius wird sich für Cassandras Verhalten entschuldigen. Cassandra auch, sobald sie sich ein wenig berühmt hat. Lassen Sie uns dieses Gespräch ein anderes Mal fortsetzen. Dankens herrte die tobende Cassandra hinaus und zwang sie in den Ordensgleiter zu steigen. Sobald sie in der Luft waren, platzte Cassandra der Kragen. Warum hilfst du, Koch, und nicht mir? Weil du dich wie ein verzogenes Kind benommen hast. Außerdem wolltest du Koch töten. Meinst du wirklich, dass sich deiner Mutter hilft? Wir müssen mit Julius sprechen. Wenn wir dann ein anständiges Gespräch führen können, dann können wir zu deiner Mutter. Also, geht es jetzt nach Rom? Nein, wir gehen zur Junik. Was sollen wir dort? Wir leihen uns einen Hacker und knöpfen uns Koch vor. Irgendetwas verheimlicht er uns. Dieser Hass war zwar nicht gegen uns gerichtet, aber gegen meine Mutter. Aber nicht als Person, sondern als Familienmitglied zu Erwin Feklemann. Ich weiß nicht warum. Aber Koch weiß etwas über Feklemann, was ihn blind für alles macht. Ich will wissen, was das ist. Und deswegen leihen wir uns einen Hacker von Hooks. Dort finden wir den Besten, den es gibt und nicht der Coase angehört. Danach reisen wir nach Südamerika. Hier werden wir Antworten finden. Das sagt mir mein Gefühl. Du bist verrückt, Cassandra. Und ich noch mehr, dass ich dich unterstütze. Hoffentlich reißt uns Julius nicht den Kopf ab. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Botschaft und dieser Folge angelangt. In der nächsten Botschaft wird es weitergehen. Es wird jetzt, wenn alles planmäßig vorangeht und ich nicht durch Regierungsgeschäfte abgelenkt bin, mindestens jeden Tag eine solche Folge geben, bevor es mit dem Regierungssprecher Steinwallen weitergeht. Bis dahin, alles Gute, Ehre Sinopia und schenkt noch Ihnen ein Lächeln. Euer Gaius Julius Cäsar.